Hallo zusammen, willkommen zurück, hier ist Ann-Sophie und heute zeige ich euch einmal, wie ihr Apps löschen und deinstallieren könnt auf eure Motorola Moto G23. Wir suchen uns jetzt hier einmal eine App aus, die wir löschen wollen und dann halten wir gedrückt und ziehen die so ein bisschen hin und her und dann können wir hier Entfernen und Deinstallieren sagen. Wir klicken jetzt einmal auf Entfernen, dann ist das Element entfernt von unserem Home-Bildschirm, aber wenn wir in unser Menü gehen, ist die App immer noch da. Um die jetzt richtig zu deinstallieren, müssen wir die einmal wieder gedrückt halten und dann auf Deinstallieren klicken und dann fragt uns das Telefon, möchtest du diese App deinstallieren? Ja, möchten wir und dann wurde Lieferando deinstalliert. Jetzt ist die App nicht mehr auf unserem Home-Bildschirm und auch nicht mehr in unserem Menü und falls wir die App dann doch nochmal wieder benutzen wollen, dann müssen wir die halt noch einmal wieder herunterladen. Das also, wie ihr Apps deinstallieren könnt von eurem Motorola Moto G23. Ich hoffe, es hat euch geholfen, hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!